glück auf meine kumpel malo ich hoffe ihr habt den abstieg verdaut der blick geht auf jeden fall wieder in richtung bundesliga und die planung dafür laufen auf hochtouren es wird jetzt ein fundament für eine erfolgreiche weitliga saison gesetzt man merkt das auch auf jeden fall weil es jetzt sehr heiße news gibt sehr sehr interessante details sind ans tageslicht gekommen die wir jetzt in dieser folge besprechen werden ich würde sagen wir fangen auch direkt an thema nummer 1 leihspieler schwolo valanta frei uhr und kraus karl jenz alle werden den verein verlassen keiner dieser leihspieler wird eine zukunft auf schalke haben ich denke mal bei dem einen oder anderen ist man sehr sehr traurig dass die schalke verlassen bei dem ein oder anderen ist man sehr sehr froh dass sie vielleicht gehen aber diese ganzen spieler werden im nächsten jahr nicht in blau weiß auflaufen zwei leihspieler da ist man noch mal in die verhandlungen reingegangen das ist zum einen vandenberg und zum anderen skarke bei vandenberg sieht die sache wie folgt aus der spieler kann sich grundsätzlich erstmal einen gang in die zweite liga vorstellen liverpool hat den vertrag mit dem spieler verlängert so dass eine erneute laie möglich ist und das wird auch der deal dann werden eine erneute laie ohne kaufoption so was steht so einem transfer im weg der einen seite muss man gucken ob der spieler sich nicht interessant genug gemacht hat für die bundesliga sollte es da interessenten aus der ersten liga geben wird dieser deal sehr sehr schwierig weil vandenberg sieht sich schon auch eher in der bundesliga und auch liverpool wird wahrscheinlich eher dazu neigen den spieler erfahrung in einer höherklassigen liga zu geben als in der zweiten bundesliga und wenn es da ein markt besteht dann wird schwierig worauf wird es darauf ankommen ich denke man muss schnell sein denn vandenberg wenn du den transfer schnell über die bühne bringt ist dann weg vom markt und wir wissen es alle wie es beim transfermarkt abgeht am anfang ist es vielleicht ein bisschen ruhiger aber sobald dann irgendwo ein innenverteidiger abgekauft wird hat dann irgendein verein die not und dann kann auch ganz schnell so ein domino effekt entstehen und irgendein verein da fällt dann auf einmal der name vandenberg und dann überlegen die ja um dieses loch in der innenverteidigung zu stopfen leihen wir dann den vandenberg aus und dann kann schalke 04 sich diesen spieler abschminken deswegen ich kann mir vorstellen dass der transfer funktionieren wird ich glaube auch dass der uns sehr verstärken würde für mich ein top fünf verteidiger in der zweiten liga spieler mit dem man auch das ziel aufstieg anpeilen kann und wir haben auf jeden fall not in der innenverteidigung jens joshida gehen erst mal also wir haben quantitativ not in der innenverteidigung aber auch auf jeden fall qualitativ weil wir haben gemerkt ohne jens war es wirklich eine sehr sehr löschrige verteidigung und vandenberg kann auf jeden fall diese lücke stopfen und ja wird sehr sehr schwierig den deal hinzukriegen ich denke mal eine 50 50 angelegenheit wird sich in den nächsten tagen wochen zeigen glaube je länger man da offen auf ein signal wartet desto unrealistischer wird ist weiß garke finde ich das auch schwierig einzuschätzen stark hatte ja eine kaufoption in der zweiten liga oder bei einem abstieg von drei millionen bei einem klassenerhalt von fünf millionen diese drei millionen wird man natürlich nicht ziehen die sache bei skake sieht wie folgt aus union berlin ist in der champions league die haben per se gar keine verwendung für den spieler er passt nicht in das spielsystem von denen los qualitativ ist es einfach nicht um in einem champions league kader zu spielen der spieler an sich hat ja bei uns ein gutes spiel gemacht gegen hertha das war ein sehr sehr starkes spiel ansonsten maximal ansätze gezeigt und er war auch sehr sehr lange verletzt das heißt für mich diese preisvorstellungen die union berlin vor einem jahr hatte die darf es nicht geben ansonsten muss man sich von so einem transfer distanzieren was ich mir vorstellen kann ist auch da eine erneute laie union berlin muss bei einer kaufoption oder kaufpflicht definitiv runtergehen der spieler ist zu denen auch ablösefrei gewechselt also die werden dann trotzdem transfergewinn nehmen und was garke was für skake spricht warum man den spieler unbedingt haben will der war ja das transferziel nummer eins im winter reis wollte ihn auch haben das war sein wunschspieler und auch von den verantwortlichen hat man wirklich alles gegeben um den zu holen deswegen hatte union berlin auch wahrscheinlich so eine gute verhandlungsposition und hat sollte so ein deal dann auch verhandelt aber jetzt sieht die welt hat anders aus der spieler ist zwar immer noch schnell und passt in das system von reis aber spieler hat halt nicht so gut performt war auch lange verletzt und es ist halt sehr sehr unsicher ob das dieser unterschied spieler in der zweiten liga sein wird kann natürlich sein kann aber auch nicht sein und der jüngste ist er und ich es jetzt nicht alt aber erst auch kein talent mehr ich kann mir vorstellen eine laie und gleichzeitig vielleicht eine kaufoption die bei einem aufstieg bei maximal drei millionen liegt wenn es eine kaufpflicht ist dann sollte die bei 1,5 bis zwei millionen liegen und dann könnte man möglicherweise diesen deal noch mal eintüten ja dann gibt es auch news bezüglich bülter und salazar erst mal die gute nachricht auch die beiden können sich vorstellen in die zweite liga zu gehen so in den medien hört man aber das ist sehr sehr schwierig wird diese zwei zu halten gerade wenn angebote kommen und man hört aber auch dass auch positiv dass es erst mal gar keine angebote eingetroffen sind für diese zwei spieler sowie schätze ich das ein bilder glaube ich wird schwieriger zu halten sein als salazar weil bülter hat elf tore gemacht die meisten davon in der rückrunde er ist auf jeden fall im blickfeld von allen teams und sobald da vielleicht ein spieler weggekauft wird kann es sein dass der name bülter diskutiert wird ich mir absolut vorstellen auf der anderen seite muss man auch überlegen für wen ist bülter überhaupt interessant auch für die top teams nicht er für so mittelfeld mannschaften glattbach köln hoffenheim vielleicht auch werder wenn die in füllkug etc verkaufen da könnte der name bülter dann mal fallen da muss man sich aber überlegen für einen 29 30 jährigen spieler eine mittlere millionen ablöse zu bezahlen ist schon stolzer preis plus der wird auch seinen letzten großen vertrag unterschreiben das heißt er wird auch einiges verdienen er will jetzt auch nicht für ein jahr unterschreiben sondern eher 34 jahre wahrscheinlich das ist schon ein fettes gesamtpaket und da geht man auch ins risiko und gerade diese mittelfeld vereine wenn ich sogar ein abstiegs oder ein abstiegskampfverein haben natürlich nicht diese finanziellen möglichkeiten wie in der oberen tabellenhälfte und daran könnte es möglicherweise scheitern aber grundsätzlich glaube ich wird ein bülter spieler sein der überall oder in vielen vereinen mal irgendwo fällt vielleicht auch sogar im ausland und dann wird es halt super schwierig wenn dann erstens der spieler ein dickes gehalts upgrade bekommen könnte bei einem potenziellen neuen arbeitgeber neuen verein aber auch der vereine fetter ablösesumme bekommt ja da muss man halt warten und ich hoffe dass man vielleicht irgendwann sagt okay man stellt ein ultimatum und wenn der gleich mal bis zum trainingslager nicht gewechselt ist dann plant man mit dem ein salazar ist glaube ich auch die situation julien offen thema der wird aktuell gejagt da ist die sache aber dass man mit dem spieler in verhandlungen gegangen ist wo es nicht unrealistisch gewesen ist dass man auch in der ersten liga in der nächsten saison spielt das ist ja jetzt vom tisch und da wird sich zeigen offen schulinov auch mit in die zweite liga geht und ob auch der verein ihnen abgibt für eine laie möglicherweise in der zweiten liga ob man da einfach in verhandlungen weiterkommt und wenn man schulinov verpflichtet hat oder verpflichten kann ist denke ich auch die chance dass ein salazar bleibt noch mal extrem erhöht generell muss man sagen salazar weiß ja auch wie es ist in einem verein in der bundesliga zu spielen und wo man nicht auf ihn setzt das hatte er bei frankfurt er wurde ja überall hin verliehen und hatte keine chance bekommen bei frankfurt auch nur ansatzweise zu spielen ich glaube da hat nicht mal ein bundesligaspiel für frankfurt absolvieren können und ist bei uns das erste mal in seiner karriere in europa so richtig angekommen und da muss man sagen der spieler weiß schon was er hat an schalke das ist schon eine kleine wohlfühloase für ihn er sehr sehr beliebt bei den fans wenn jetzt auch noch sein bester buddy schulinov kommt sind das glaube ich sehr sehr große argumente um dann den weg in zweite liga zu gehen und ja da den spieler da festzumachen also wenn ihr mich fragt bilder hilft die angelegenheit ob er bleibt ob er geht beim salazar würde ich sogar sagen 70 prozent 65 prozent dass er er bleibt okay dann haben wir den ersten nicht neu zugang aber die erste vertragsverlängerung von einem auslaufenden vertrag und das kaminski hat seinen vertrag um ein jahr verlängert der spieler bleibt es besteht sogar eine option für ein weiteres jahr ich denke mal gerade für die zweite liga ein guter mann sehr souveräner mann der zumindest mal da quantitativ eine lücke füllt der ein kaderspieler ist und der aber durchaus auch in der zweiten liga als in verteidiger nummer zwei in der startelf stehen könnte gerade die sache dass er links fuß ist spielt ihm da auch noch mal in die karten nur man muss definitiv neben kaminski ein qualitativ starken in verteidiger auch haben vor allen dingen auch in etwas schnelleren der sich da mit ihm ergänzen kann kaminski oder ein weiterer spieler vom niveau kaminski das ist schon glaube ich nicht mehr so die qualität um dann wirklich einen sicheren aufstieg zu fahren da muss auf jeden fall auch noch mal nachgelegt werden so dann gibt es auch neuigkeiten bezüglich des sportdirektors mit sportdirektor soll in der nächsten woche präsentiert worden werden spätestens vielleicht sogar in dieser woche da gibt es unterschiedliche berichte und ein name der da auf jeden fall fällt ist andré heschelmann aktuell chef scout wir haben das ja auch in der winterpause zusammen geleitet und ja da sieht es wohl so aus dass er jetzt bald präsentiert wird und finde ich gar nicht mal so schlecht weil man dann wirklich nicht noch lange auf der suche gehen muss nach einem sportdirektor sondern direkt die spielerplanung etc durchführen kann ja und richtung planungen geht es jetzt auch oder gibt es jetzt auch eine nachricht die mich so ein bisschen schockiert hat oder wo man ein bisschen auch auf dem boden geholt wird man geht ja jetzt wirklich da in die saison rein und erwartet den direkten wiederausstieg aber vom etat vom gehaltsbudget liegen wir bei 18 millionen das wird das budget sein für die zweite liga und man ist dann eben nicht der spitzenreiter der zweiten liga sondern gehört nur zum oberen tabellendrittel also wird es mannschaften geben die mehr mittel zur verfügung haben als wir und das ist natürlich eine heikle kiste eine heiße nummer sehr sehr schwierig positive nachricht transfer erlöse können direkt in die mannschaft investiert werden da wird nichts verwendet für das für schuldenabbau die konsolidierung das heißt jetzt beispielsweise von den leihspielern bostogan larsson etc verkauft wird hat man ein weiteres budget für den kader ja das sind so die meldungen ich glaube das ist auf jeden fall gerade sehr sehr interessant ich glaube wir werden jetzt auch in dieser woche einiges noch hören und ja um nichts zu verpassen abonniere diesen kanal folge rein und lasst auch gerne ein like da und dann sehen wir uns in der nächsten folge ciao